Ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Minister 20 Leute insgesamt im Vorstand, die bei der Bremensteuerung im Umzug und der Einrichtung dieses Gebäudes geholfen haben, als da vor allem zu nennen sind, ich habe jetzt die Namen im Kopf, die tagtäglich beim Umzug zu sehen waren, die, die ich hier vergessen bin, ich jetzt schon, um Entschuldigung, jetzt sage, Thomas Berglöfer, Roland Franz, Silvia Gischeter, Fred Bruns, Reinhard Gretchen, Franziska Nenbert. Ferner möchte ich Simone Bauchstadt und dem Schrauberteam der Sektion danken, die hier mehr als 80 Runden geschraubt haben und die das alles gesungen und fallfrei durchführen konnten und die auch nicht auch günstig helfen, diese Halle attraktiv zu halten. Das heißt, wir regelmäßig schrauben und umschrauben, damit wir die Chance haben, den Sportladen auch ein wechselndes Angebot zu bieten. Sie sehen hier im Bereich IAA 3 bis 10, wobei man anmerken muss, der 10er ist noch nicht ganz fertig, aber nur deswegen, weil wir so sparsam waren und die Tagesgibbebebringungskosten für 600 Euro für den Tag einer Scherenbühne nur an einem Tag aufzubringen, als es gebraucht wurde und jetzt für den weiteren Tag für die Suche nicht. Geschraubt hat aber an diesen Huten, dass es hier unten die L, wie es passt, wo zum Dreiviertel des Heilers geht, ehemaliger Europameister Klaus durchstellt. Ich denke, das wird den Kletterern hier in der Halle auch Anreiz sein, im Bereich des Spitzensportes klettern zu können und damit auch dem Landeskader Hessen eine ausreichende Sportstelle zu sein. Wir haben jede Menge Muten in 8, 9 und wie gesagt sogar jetzt auch in 10. Ich möchte auch den Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle danken, die in letzter Zeit vor allem während des Umzuges viel zu erdulden haben. Dort sitzen wir in unserer Geschäftsstelleleiterin, die Frau Julia Kukulew, unser EDV-Leiter, der Jens Brauchstadt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Badmiener sind nur nichts. All diejenigen, hatte ich schon gesagt, ich habe an der Stelle vergessen, aber bei 3000 ist es nicht leicht, alt zu nennen, ohne sie zu langweiten, die wirklich mitgebekommen ist, man hat wohl nicht mehr. So wünsche ich den allen viel Spaß und allzeit unfallfreies Klettern in dieser Halle. Und dann war es das für dich. Also wir wissen, dass du ein Fail für Budi-Welsen hast und haben deswegen mal keine Karten genommen und hoffen, dass du und die Daim und die Kletterer mit denen du hier schraubst, damit was anfangen kann. Herzlichen Dank. Dankeschön. Applaus